pfiffe schon als die mannschaft hereinkam anjongi auf dem rechten zügel schöne eingabe und direkt ab nach linda dann noch mal hier so kann es aussehen den ball dann in den rücken der viererkette spielen endlich mit anjongi der ball wieder in die spitze und probleme bei der toy drin die list selda kütz die den ball nicht kontrollieren konnte und dann war alex pop da noch mal hier die entstehung am hoch an den langen pfosten ja wenn man dieses themen so sieht dann könnte man die umschreiben mit wir nähern nicht wir aber die deutsche mannschaft nähert sich so langsam dem 1 zu 0 also der druck wird größer über die linke seite schön rausgelegt und dann mit aufgerückt alle sind sie in der gegnerischen hälfte und fast macht seine türkin das 1 zu 0 ein lange gute ball auf pop latwein schöner ball die spitze glänzend pariert von der täglichen torhüterin die rasch schnelligkeit über die linke seite nächster ball von feli rauch die die seiten wechselt oftmals gut geklärt die übereinigt da hinten in der deckung und jetzt muss es doch passieren und nochmal die deutsche mannschaft querschläger aus der drehung nächster versuch wieder abgeblockt bei diesem 0 zu 0 bleiben und so ist es die schiedsrichterin pfeift zur halbzeit so zwischenzeitlich sah es aus als würde das ein bisschen entgleiten aber dann hat sie wieder den zug hineinbekommen 0 zu 0 also nach diesen ersten 45 minuten in bursa wir geben ab zu den heute express nachrichten nochmals darüber brücken mit diesem elfmeter noch mal mit diesen toren die wir hier eingespielt bekommen sauber verwandelt von feli rau und jetzt auf das maßband bringt und das 2 zu 0 wunderbar die position bezogen sich den ball zurechtgelegt und klara bühl war es hier nimmt sie den ball hat er einen fein einen prächtigen schuss hinein ins kurze eck die torhüterin war da aber der ball der war so präzise so scharf geschossen konzentriert verteidigt wie es sein muss wie es in der ersten halbzeit schon nicht mal 30 sekunden bekommt sie den ball hervorragend serviert hinein in den strafraum da muss sie gar nicht ein zweimal schauen und jetzt haben wir so langsam diesen spielstand hergestellt wo man sich überhaupt keine gedanken machen muss was die qualifikation anbelangt zum richtigen moment gestartet keine abseits position und dann mit vollspann aus der bewegung leer schüler 30 tolles tor super herausgespielt dieser one touch fußball diese schnelle ob es jetzt der 15 16 ganz ganz nah vors tor gute faustabwehr zwar nicht weit genug von beifall drüben von der bundestrainerin da konnte man erkennen dass man wirklich einiges ein studiert hat was diese nicht viel mit fußball zu tun hatte gerade in der ersten halbzeit ständig diese bälle die nur weggeschlagen wurden keine offensiv aktion daraus entstanden die schiedsrichterin fahrt ab 3 zu 0 hat die deutsche mannschaft dieses vorletzte wm kölnisch viel gewonnen 3 zu 0 und garry pauban dort unten alex popp glaube ich zum interview bittische alexandra popp herzlichen glückwunsch wm ticket gebucht ein ticket was man gerne zu diesem zeitpunkt buchen wollte ja absolut wir haben uns das vorgenommen es war jetzt echt ein hartes stück arbeit muss man weiter als gedacht ja jein sagen wir jein wir hatten schon nicht so das spieltempo wie wie wir es uns gerne erhofft hätten was jetzt auf dem platz nicht so einfach war aber ja ich glaube mit dem ersten tor dann gott sei dank war dann ein bisschen die bogen geglättet und ja wir sind sehr sehr glücklich der ein oder andere hat sich gewundert dass felicitas rauch angetreten ist beim elfmeter wkb entscheidung zur stunde wir haben keine direkten schützen und von daher schießt die die sich am ja die sich einfach gut fühlt die ja deswegen auch übernehmen will und ja fehl hat sofort gesagt ja komm ich hole rein wie war das eigentlich für sie wenn man fast das gesamte spiel in der gegnerischen box verbringt aber trotzdem nicht so richtig diese chancen dann hat ja das sind natürlich immer ein bisschen schwierige spiele für den stürmer weil man gerade hinter hinter der kette nicht so den raum hat und auch gerade im zentrum nicht so den raum hat aber ja das gehört dann auch irgendwie dazu manchmal ein bisschen nach außen ausgewichen aber hat dann irgendwie auch nicht so viel gebracht aber konnte so die den einen raum für die anderen spielerinnen auch ziehen und ja das ist okay gegen bulgarien glaube ich wird es ähnlich werden dankeschön ganz gut ja Vielen Dank.